Ja, da ist es schon. Da sind sie ja auch schon wieder. Ja, wie man sieht, deutlich, wie dieser Grätschriftzug am Glänzen ist. Auch der Stoff ist schon gewaschen. Die deutlichen Spuren sind in der Badewanne den Abfluss runter. Ja, nicht nur das Chassis. Auch das Gehäuse weist schon richtige Putzspuren auf. Der Glanz ist unabsehbar. Wir haben uns richtig ins Zeug gelegt in den letzten paar Stunden. Auch hier oben sieht alles wieder fein aus. Ja, so kann man aus einem Teil wieder ein richtiges Radio machen. Die Tasten, die Einfassungen, alles glänzt. Ja, auch hier 4R, nicht zu vergessen. Sah ja wirklich fürchterlich aus. Aber jetzt, wieder im richtigen Glanz, kann wieder montiert werden. Ja, wir sehen uns demnächst, wenn dieses Radio wieder spielt. Seien Sie gespannt, bleiben Sie uns gewogen. Und jetzt schauten Sie aus und gehen ins Bett.